Jetzt geht es Los Mit dem Video Viel Spaß Tschüss Kinder, wir sind gleich wieder da Ja, tschüss Mama Kinder, wollen wir Skippo spielen? Au ja, gerne Oma Okay Kinder, dann legen wir mal los Paula, lass uns reingehen Ich bin schon sehr gespannt, ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen wird Ja Jens, ich bin auch schon sehr gespannt, was es wird Lass uns reingehen Hallo, Schmuckkörbchen hier Wir haben einen Termin zum Ultraschall um 15 Uhr Sie können in das Behandlungszimmer 4 gehen Okay, danke Hi, ich bin Bastian Frau Schmuckkörbchen, legen Sie sich bitte auf die Liege Okay, Doc, mache ich Ich verteile jetzt das Ultraschallgel auf Ihrem Bauch Okay, Doc, dann weiß ich Bescheid Dann schauen wir mal, ob es dem Baby gut geht Das sieht alles sehr gut aus Ihr Baby ist sehr gesund Es wird ein Mädchen Jens, wie schön Ja, das finde ich auch, mein Schatz Schön, dass Sie sich freuen Ihr Baby ist schon ziemlich groß Und die Viren werden deswegen schon vor Weihnachten losgehen Okay, dann wissen wir Bescheid Okay, danke, Doc Komm, Paula, wir gehen Ja, ich komme, Schatz Hallo, wir sind wieder da Ach Mist, jetzt habe ich schon wieder verloren Und ich habe gewonnen Juhu Ach, hallo Mama Wie war's beim Arzt? Gut Wird das Baby ein Junge oder ein Mädchen? Es wird ein Mädchen Ihr werdet eine kleine Schwester bekommen Wie toll Ja, juhu Ich freue mich vielleicht Wie toll Schön, wann wird es kommen? Supi, wann wird es kommen? Ich würde es auch gerne wissen Also, Mäuse Da das Baby schon ziemlich groß ist Wird es vor Weihnachten kommen Wann, wissen wir selbst noch nicht Okay, dann wissen wir Bescheid Jens, lass dich drücken Ich freue mich ja so für euch Das ist schön, Mama Dass du dich freust Hallo, ihr Lieben Ich wollte euch nur sagen Dass wir schon wissen Wie das Baby heißen soll Und wir keine Namensvorschläge brauchen Hallo zusammen Das war's schon mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Hurra, wie schön Das Baby wird ein Mädchen Und es wird noch vor Weihnachten kommen Weil es so groß ist Wir sehen uns nächste Woche Bei einem neuen Video Tschüss Hat euch Das Video Gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben Und lasst uns ein Abo da , bis zum nächsten Mal 's Tschüss Ciao Tschüss Tschüss S Tschüss S Untertitelung des ZDF, 2020